Und hier sind wir wieder in Tokio, bei der zweiten Mission, weil wir haben ja in der letzten Mission diesen Booster begleitet und haben eine Basis beschützt und jetzt müssen wir anscheinend auf ein Kreuzertreffen. Genau, wir haben heute ein paar Discord-Probleme, wie man wahrscheinlich schon bei mir hört. Ich werde mal etwas langsamer reden. Das gibt es? Das haben wir noch nie gehabt, dass Discord-Probleme gemacht. Ja, das ist ja gleich besser. Der Klassiker. So, aus Tokio, der letzte Ruf heute. Mensch, eigentlich der vorletzte Ruf oder ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in Tokio ablegen oder woanders hinfahren. Hier ist ein Kreuzfahrtschiff, heute nehmen wir euch mit auf ein Kreuzfahrt. Was gibt's Schöneres? Ich will hier nicht wegfahren, ey. Ich hör aber gar keiner, ich hör gar niemanden rufen. Ob das Schiff wirklich fährt, das müssen wir erstmal herausfinden. Es kann ja sein, dass es einfach da steht und wir... Letzter Aufruf, Abfahrt! Es soll ja... Warte mal, was steht da irgendwas mit Evaku... Ja, du wirst ja eh jetzt vorlesen. Geiler, Erik. Ja, ja, alles klar. Aber bitte mit Discord-Style hier, ey. Okay. Während tausende von Infizierten die Straßen von Tokio fluten, muss Rettungsdienst 4 Seite an Seite mit dem Militär kämpfen, um die Evakuierungskräfte zu schützen, während sie verzweifelt die letzten Zivilisten auf ein riesiges Kreuzfahrtschiff laden. Oh Gott! Die sind sehr fett, deswegen müssen die geladen werden. Mit so einem Hehekran. Mit so einem Hehekran, ja. Das sind so... Das sind so... Oh, ey. Ne, den gibt's jetzt nicht mehr, der ist tot. Schade. Zombies! Oh, bei mir hätte ich da grad noch ein bisschen Texturen und so. Ja, bei mir auch. Stay quiet! Ja, haben wir ja geschafft. Oh, die Autos sind ja süß. Guck mal, die Autos, wie die aussehen, wenn man drauf achtet. Oh, ne, schon wieder diese Alarmanlagen. Das ist doch DJ Westbam. Was? Scheiß Fahrradwege. Ich hasse Fahrradwege. Ich bin kein Fahrrad. Ich bin kein Fahrrad. Ich bin kein Fahrrad noch. Trotzdem hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was denn da? Was für ein Special-Ding-Phan? Ne, einfach mal, weil... Ach so Scheiße hinter uns. Ah, die kommen ja auch hier hoch! Ja, Pan, die kommen alle zu dir. Die haben richtig Bock. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, jetzt. Dobi, ich mach das gerne. Oh, komm, 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 komm. Oh, scheiße. Ach so Scheiße. Ach so Scheiße hinter uns. Ah, die kommen ja hier hoch! Ja, Pan, die kommen ja hier hoch. Ja, warte, da hinten kommen noch welche. Hi, die Pan. jetzt dafür so habe ich tokyo erinnerung alles gewissen dass alles diese tristen hier eine super alter der suppe ist das hier passiert das war überhaupt keine absicht ja doch mal jetzt nachricht euch helft dem er richtig hier aufgeschnitten mit dem batzel hier oben ist munition doch nicht jetzt kriegt er keine munition wenn wir welche finden das war hier bleiben kann ich ins wasser bleiben ja ich finde auch ist doch gar kein wasser mögen oder warum warum ich nicht auf mich schon mal zu geschichte auf mich ja weil das nicht gehackt wurde alles so wie es muss alles im not fürs abendbrot vorsicht stinkt ich habe mich mal ganz kurz durch sie mich gerade nein aber es war nicht geheilt ich habe mich zurück ich habe mich zurück ok danke dir oh die schmusen oh nein warte du hast mich gar nicht geheilt du hast mich gar nicht geheilt ich habe mich selber geheilt was kann mich jemand ja komm her ich mach komm bleib stehen ich habe es nicht gecheckt der curry sieht gleich aus wie eine movie warum haust du mich jetzt curry sag doch einfach ich auch nicht so wir sind aus die adobe photoshop hier ist irgendwas hat jemand eine sprengladung hat jemand eine sprengladung hat jemand eine sprengladung achso ich habe eine panzerfaust ey scheiße weißt du dass man eine sprengladung braucht aber mit dem mit dem granatwerfer geht es nicht das ist halt recht bescheuert irgendwie ja das ist irgendwie unrealistisch Tobi oder sag doch mal also von meinem reinen review gedanken her würde ich sagen das ist echt bescheuert ja eins von zehn oder null hey 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 liege bleiben wie butter hier ey lege bleiben hab ich gesagt was macht ihr denn da schon wieder wir schnitzeln wir schnitzeln wir kriegst wir krack kinder stellt euch bei den nachbarn vor hallo wir haben kuchen gemacht auf menschen fleisch ich höre dicki ist nichts revolver sekundär oh hier schreibt ihnen die mann oh gott ey ich mach jetzt hier den nachtskönig und lass die alle auferstehen ach ich hab gar keine muni mehr ich vollidion wo mich schießt ey Pan was machst du da boah dieser hier jetzt nicht vorsicht oh oh ein dicki ein dicki oben auf dem bus ich wär lange dicki 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 can't you see jetzt haben da hee 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 ha nein wir müssen geradeaus aber wobei hier ist ein nutzlassweg und eine kiste hier drin geil 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 vollkommen recht oh hier oben oh 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 Panzer geil ich komm ich komm ich komm mal der Curry hat ne Panzerfaust der Curry hat ne Panzerfaust was soll noch passieren ja Tobi Tobi komm mal da runter was machst du da oben ich hab meine Waffe aus dem Sinn weggelegt gehabt ich Idiot oh hinter uns kommen auch Tobi runtergeflogen oh das ist ja schön wir gehen ne Runde schwimmen ich hab keine Munition mehr geil ok Truck hoch Leute hast du hast hier andere Waffe probiert ob deine Muni hast noch ja ich hab ne Person und ne MG die sind beide leer oh ok kommt ihr ja ne ok ja wir sind da Sprengfralle haben wir immer noch nicht ne aber warte mal hier ist hier ist ein Mörser-Dings warte mal haben wir hier keine Munition die wir auffüllen können ne hier ist ein Geschützturm ich baue hier Mörser hin hier muss da warte mal hier muss da ne Munitionskiste sein ja hier ist ne Munitionskiste wow schön Munitionskiste? oh cool ja hier ist ein Medi-Back nochmal ein bisschen zurückfahren ah ja du ist da oben ok oh oh wo ist die Munitionskiste? oh die ich höre hier jemand blubbern Alter Arschloch down ihr wie geht denn mit dem Messen � famexateuch? ich habe den verwandt hast du noch nicht auf mir ist immer böse du kannst mich damit halten ja ich kann autobusse denn was geht ich habe vorsichtig mal den spritzchen reinkommen und kriegst du auch da oben bei mir schreit gerade ich bin ready die machen einfach wieder nichts hier guckst du dir an das ist eine wave das ist gar keine weiterverteidigung haben wir noch alles aufgestellte halt die stellung leute wir sind natürlich das ist ja voll wenige ich habe noch ein bisschen Die machen wir weg Das ist nur bei FIFA, wenn das neue Team der Woche rauskommt, die alle Packs kaufen Oh, was? Echt jetzt? Oh. Ja, stimmt Alles klar Oh, fucking Digi. Oh, fuck, fuck, fuck Nein. Ah, kann jemand, bitte? Au. 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 Oh, da kommen wieder neue von vorne Die haben richtig Bock. Die wollen panzen Oh, Entschuldigung Hä, der Mörs ist doch schon weg? Hä, Papa, bist du's? Schwarm eliminiert Oh, warte, wir müssen erreichen Vorsicht, da ist wieder so'n Kopfschuss geben Okay, sehr gut Ja, nice, können wir Komm, auf geht's Okay, cool Okay, weiter, weiter Ich auch Ist noch irgendwo einer? Mach dich mehr auf Ich bin danach mitgenommen auf sehr hart durch Was? War das Love, Baby, don't hurt me? Oder was? Ach so Mach ich hier auf, hab ich gesagt Guck mal, wie sie hier alle stehen und nichts machen Oh, ihr Faulschweine Scheiß Touristen Ich weiß gar nicht, was sie haben Ich weiß gar nicht, was sie haben Die wollen doch alle nur nach Deutschland Ich hab keine Ahnung, wie sie das können Deswegen sind die auch nicht in EU Die sind so Ah Will get me lucky to get out Ey, die werden jetzt da alle so geslaughtered Geslaughtered Komm, wir ballern die alle um eine Blutwurst Zombiewurst machen wir jetzt Warte, 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 warte Aber richtig heftige Evakuierung, wie die sich beeilen da alle Ja, ist echt Oh, ey Kannst du mich mal heilen? Kannst du mich mal heilen? Ja, ja Warte, 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 warte Hier, komm her, du Schnuckiburz Oh, geil Mhhh Mhhh Darf ich filmen? Ich hab gefilmt Schön Schön Oh, was haben wir hier? So viel Liebe in so einer kalten Welt Oh, Alter Hier ist eine Schruflehnte drin Oh, hier ist ein Verbandskasten, alles klar, cool Ich bin Bluter Hier können wir uns was ziehen Bluter, was? Bluter, ich bin Bluter Bluter Mama, die sind doch mal lustig Ich bin, äh, auch Bluter Ach hier, hier geht's raus Ja stimmt Ich soll das nicht sagen Man macht sich das nicht immer lustig Man darf keine Sprache mehr machen Oh, Explosivladung platzieren, alles klar Lagen Ach du Scheiße Wir müssen alles in die Luft springen, Leute Sind doch schon welche? Da hab ich gerade eine gesehen Ja, hab ich auch Hier haben bestimmt Zombies Oh, hier ist irgendwo ein Infective Breaking In Juhuuu Ach du Scheiße Okay Tut mir leid Oh Ah Vorsicht Oh, hier oben sind die ganze Explosivladung Sollten wir uns aufteilen oder sollten wir Ja, ja, gehen wir an der Explosivladung Wir müssen die auf jeden Fall platzieren, das dauert ein bisschen sonst Schnauble Oh, nein, 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 weg, weg, weg Ich hab eine Ich bleib ein bisschen mal hier Jo, ich hab auch eine Wir werden zwei Teams Wir müssen eine Achtstück platzieren, ne? Vorsicht, da kommt ein Dickie, da kommt ein Dickie Ach du Scheiße Alles klar Der hat mich Komma, komm, komm Aua War ein bisschen wie eine Massage, oder? Okay, nimm wieder ein Spengladum mit Da ist noch eine Ist noch eine? Okay Ja Aber nur eine, okay Sollen wir grad ein bisschen Zeit Ach komm, jetzt muss ich hier hoch, ist das dein Ernst? Oh, oh, sie kommen schon wieder Ach, Sprümer ist tot, Sprümer ist tot Alter, geiler Eric, geiler Eric Geiler Typ Hier oben ist so richtig Munitionskist und alles, ne? Hier ist ne Kettensäge, hier ist ne Kettensäge, wenn jemand will Wo, wo? Ja, wo ich stehe, hinten, hinten in der Ecke der Fabrik Vier Stück sind platziert Wo steht Eric gar nicht? Ach da Hier, wir könnten jetzt echt Kettensäge gefrauen fahren Wo sind denn die anderen Explosivladungen? Ach da unten, toll Aua Jetzt, immer Hey, was ist der denn da oben? Ich find's gut, wie alle immer Pan die Kettensäge überlassen Ja, Pan ist einfach die Kettensäge, Mama Ich brauch das einfach Das klingt irgendwie falsch Ja, das ist irgendwie echt komisch Hä, was denn das? Das ist irgendwie ne Luft Komm, komm runter, komm runter Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Zack Oh, das bist du Mach doch! Curry, Tobi, ihr macht die Exklusivladung, ne? Ja, ich versuch's so gut es geht, ja Ich geh mal rüber und versuch mal da ein bisschen frei zu halten Dass sie vielleicht eher auf mich trinkern Oh, ich hör wieder ein Diggi, glaub ich Ich hab Kütchen, das ist auch so voll von euch Oh, hier ist Munition Okay, ich hab die letzte noch Vorletze Wohin? Oben hin Toll Ja, ja Sobald platziert du die erstmal oben Ich guck mal, wo die andere dann hinkommt Ach, hier oben Okay, hier würde ich reingehen, aber da ist ein Viech drin Pan, kommst du mal ganz kurz? Okay, zack Ja Ich geh hier rein, ich werd gleich angegriffen Und du musst den platt machen Hier drüben ist mal Munitionsladung Fertig Achso, ich dachte, er wär einer Okay, ist doch keiner Ich hab ihn noch gehört gerade Okay, jetzt hier einfach platzieren Nehmt euch nochmal Muni mit Wenn wir schreien Ich hab Ach, hier drüben ist auch noch Hier drüben fehlt auch noch Muni Äh, Munitionsladung Warte Ne, wir haben alle Ja, hier passt aber noch eine Echt? Ja, hier geht noch eine Ja, wir haben Vielleicht haben wir mehr als wir brauchen Doppelt hält besser Vielleicht kann man die für irgendeine Tür verwenden Ja, ist echt so Stimmt Da ist ein Dicker, hier ist ein Dicker Ja Oh Ich finde das diskriminierend Wir müssen wieder laufen, Leute Wir müssen hier auf Wir müssen uns nur hier aufbauen Dann haben wir's Aufbauen Oh, hast du den? Oh, super Gut gemacht Ja Und iiii Behalten aber ihr Blut bei sich bitte Danke Ja, also ich bin Bluter Ich darf das Aber wir wissen was Wir können immer noch Sachen aufheben, ne? Wir müssen immer noch Sachen aufheben Und immer noch anbringen, oder? Ne, wir müssen uns hier evakuieren Wir müssen uns hier evakuieren Äh, aufbauen, ja richtig Ach, aufbauen, alles klar Ja, alle ineinander Achso Jawoll Schön, interagieren auch Komm Tobi, interagieren Boah Boah, nice Alter, die Zombies dort Sind das Zombies? Ach du Scheiße, das sind Zombies Oh, da hinten Oh Oh Oder sind das Leute? Oder Touristen Oh, das sind hungrige Touristen Ich bin beides toll Ich glaube, es sind hungrige Touristen Auf sie mit Gebrüll Wir schießen die alle weg und dann gehört die AI nach uns Ja Wurde mal Zeit Steh weg, nicht weit Sodiska, Hase, ey Tschuldigung Sodiska Wurde 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 Leute, Leute, komm Leute, Leute Ich halte mich noch kurz Nice Curry Oh, da nehme ich natürlich gerne Das tausche ich natürlich gerne Hi So, alle fertig? Soll ich? Ja Ja Oh, ich höre sie, ich höre sie Oh, hinter uns Danke Danke We're okay Ja, Alter Was hat er hier schönes drin? Ach, hau doch ab Da sind Diggi, glaube ich Leute, oder eben was Ja, kommt Auf geht's Erfangens Gifttyp Ja Ihr könnt uns gar nix Oh Gott, ich sehe, auch wir müssen wahrscheinlich hier beschützen Diggi, Diggi Ja, wir müssen das safe hier beschützen Ach, du scheiße Geil, Pan Vorsicht Wir sollen gleich den Kampf beginnen, Leute Alles klar Alles klar Curry, gern geschehen Was denn, was hast du gemacht? Hinter dir werden Lurker Ach, genau hinter dir Jo, danke Ja, von dir was kommt, wenn wir sofort den Kampf starten Ja, 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 ja Warte mal, Pan ist irgendwo anders Ach so Ich habe Hochspannungsnetz Moment Oh, cool Hey, Pan, hey Hochspannungsnetz Finde ich aber hochspannend Hahahaha Hahahaha Warte, ich mach auch noch mal Ich mach auch noch mal schnell, Muni Okay, ich bin soweit auch ready Äh, was ist besser? Sturmkarabiner? Sturmgesähe? Soll ich nochmal hier oben drauf auf das Schiff gucken? Ich höre die linke Seite auf ihn Ach, von irgendwo da draußen am Horizont winkt uns Daniel Kübelböck Alter Tobi Was denn? Du kommst so in die Hölle Ist mir egal Das ist schön warm Da kann ich nicht drauf, schade Okay So, Tobi wird die Welt auch brennen Let's go Klar Warte, wir kriegen jetzt Besuch Ja Schwarm kommt Oh mein Schwarm kommt Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh hier ist doch ein Automatikgeschütz Oh mein Gott Was denn? Turisten kommen Nein Touristen Nein Widerlich Warte, lass dich bis zum Zaun kommen Lass dich bis zum Zaun kommen Lass dich bis zum Zaun kommen Okay Ehring, Alter lass mal ein bisschen einheiz Brrrr 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 Jedes mal ein Ohrbrr Bro, Dickie Oh, Dickie Oh von hier hinten kommen sie auch Ja, nice Von hinten Von der anderen Seite Oh, ja Oh, das war Tobi Ich sehe aber fast so aus Das passt schon Ja, Alter vom oben vom Dach Da hinten ist ein Streamer irgendwo Weih, die Scheiße Wie viele sind das denn? Oh Gott die haben den Soldaten hier gemacht jetzt aber kommt hier wieder raus aus dem wasser ja bestimmt zumindest so haus ja ja gott hallo waren siege ich hab mich gerade kettet ich habe wieder keine monika ein was passiert jetzt nach oben all den schwamm auf das schiff sicher ist ein minu 35 müssen wir durchhalten ich hab mir muni ich hab mir kurz wo die in In your head, in your head. There's a zombie, a zombie. Boah, dahil. There's a fighting. Boah, da hilft. 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 Boah. Boah, da kommt aber keiner mehr. Boah. Nee, jetzt gerade nicht. Ach du heidi, diese Scheiße. Wir haben keinen Platz mehr auf dem Boot, Leute. Haut ab. Oh, äh, äh, hallo. Au, au, au. Au, au. Alter, is a really action. Ah! What is happening? What is happening? I don't understand. So many tourists. So many tourists. Please go away. We don't have nothing. Die dürfen, glaub ich, nicht ans Tor. Goddammit. They're here. Alter, Alter, Alter. Ich hieb mich mal ganz kurz. Ja, ja, kein Stress. Ich hab noch ein bisschen was zu tun hier. Alles klar. So, wo jetzt? Auch von links. That's it. Let's join. Here they come. Alter, warum tun die denn immer so mit dem Schiff? Das ist nicht grad die Schlauchdaktion, ne? Das versteht ja auch nicht. Das ist so sinnlos einfach. Das lockt doch die ganzen Zombies an. Ach du Scheiße. Ja moin. Oh Gott. Wer geht? Ist jemand einmal im Geh? Ah, das ist schlecht. Dörne Sekunden noch. Dörne Sekunden noch. Lade nach. Jetzt nicht mehr. Okay, mach doch die von dir ab. Pahnen, 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 pahnen. Passt ein bisschen auf dran. Okay, wir haben's geschafft. Pahnen, alles cool? Hey, ja, alles gut. Wow, okay. Ich mach hier noch Mundi. Ganz kurz Mundi. Mundi nachladen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Es kommt noch mehr. Okay, Leute, komm, 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 komm. Aber wo? Ach, da. Okay. Toll, wir müssen mit dem Kleinen hier fahren, oder was? Ist ja ein bisschen Witz. Ja, wir fahren mit dem Ruderboot. Das ist halt echt ein Witz. Fassi, ey. Ey, ey. Immer mit dem Boot. Ey, ey. Koko, schweben. Was? Oh, oh. Ja, in diesem ist alles. Oh, das ist das Boot. Wir haben auf dem Schicht, die Sprengler doch. Das ist das Passatierschiff, das Grosfachschiff. Boah. We will return? Boah. We will return? Nee, lieber nicht, ey. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf, eigentlich. Die sind jetzt alle Zombies gezeigt. Oh, ich weine gerade. Mein Auge drehen. Aber die Zombies kamen doch jetzt nicht raus, das ist immer ein Ding, oder? Das sind doch die Nachwirkungen. Nee, wirklich. Die ganze Zeit schon. Meine Augen sind super trocken. Total sinnlos. Einfach ausgetrocknet wegen den ganzen Fürzen. Ich dachte, ich hab auch ganz viele Zombies gekillt. Oh Mann. Obwohl, der Abstand ist nicht so groß. Das trinke ich auch immer. Ja, na ja, gut. Na gut. Ach. Guck mal, du hast mehr Headshots als der Curry. DJ Erik. Ja, Glückwunsch, Erik. Geiler Erik. Geiler Typ. Na ja, na ja, na ja, na ja. Wieso hab ich die meisten Explosiven Kills? Ich hab... Da hat doch jemand die ganze Zeit so ne Sprengarmbrust, oder nicht? Sprungarmbrust. Das war ich, aber ich treff doch nicht. Ich hab keine Ape. Achso, ja. Wie, es war in New York. Hä? Da wo wir angefangen haben? Hä? 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 Warte mal. Ich hab den Red Ruf. Ja, ja, die hab ich grad... Es gibt nicht mehrere mit auszuwählen. Ach klar. War das jetzt? War's das jetzt? Wow. Ich dachte, wir kriegen jetzt irgendwie so gar nicht herziehen, oder so. Hä? Hab ich auch gedacht. Jetzt geht's mal richtig los. Ja gut, die haben ja angekündigt, dass sie eine fünfte Folge als DLC bringen bei Tokio, ne? Ja, aber es gab jedes Mal drei Missionen und bei Tokio gibt's nur zwei? Ne, vier, oder? Da war doch noch ein Penzer. Ne, ne, Quatsch. Warte mal. Es waren keine vier. Du hast recht. Hä? Das ist aber sehr mysteriös. Ich dachte, da kommt noch eine Folge. Warte mal, aber das... Das hatten wir doch vorhin angezeigt. Ja, denk mal, wie das Tf-70... Ach ne, das läuft ja gerade wahrscheinlich noch. Warte mal, ist das verbuggt, oder so? Weil... Ja, irgendwie ist das wirklich komisch. Ach, kann ich mir eigentlich alles lassen. Lassen. Kann nicht das Ende gewesen sein, jetzt? Ich weiß auch nicht so genau. Ich hab' die Sprengladung gesetzt. Wir sind so gut durchgekommen. Was ist denn da los? Ja, gut, Schwierigkeitsstufe 2. Also auf Normal spielen wir gerade. Das ist doch niemals das Ende gewesen. Das kann nicht sein. Wollen wir noch eine Runde Nightmare machen? Ja! Natürlich! Fast for fun? Die können wir auch einfach hier... Die können wir einfach nur noch dranhängen, die 5 Minuten. Ja, ja eben. Vielleicht schaffen wir ja 3 Runden in der Zeit. Okay, verrückt. Was steht denn da? Die Zombies sind gnadenlos und eigenbeschust. Findet mit unerwittlicher Härte statt auf der Karte. Wir finden nicht nur sehr wenige Vorrede. Der Spielkranzer steht umgeben, umgehend, wenn er einmal außer Gefecht gesetzt wird. Komm, die 2 Minuten machen wir noch. Komm! Alter! Alter! Okay, wann können wir uns noch kommen? Aber dann machen wir New York das erste Mal da. Alles klar. Komm mal! So! Warte, ich hätte echt das schwer... Ey, ich habe einen Stoff hier dabei. Ich habe einen Stoff hier dabei. Oh Gott, ey! Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Ja, ich auch. Jetzt wird es richtig schön. Oh Gott, du war... Schwierigkeitsstufe! Oh Gott! Also ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube an uns. Also ich glaube, das muss ein Bug gewesen sein. Ich glaube schon, dass es bei Tokio noch eine Mission gegeben hätte. Ich weiß es nicht. Oder sie bringen halt die letzte Mission als DLC, ne? Ja, das kann ja auch sein. Vielleicht sind wir auch einfach blöd. Oder ich war blind oder so. Das kann ja auch sein. Vielleicht muss man sich das aber auch einfach im Epic Store noch kaufen. Ja, das kann ja auch sein. Dabei kriegst du Rock. Ja. Und ein Avatar-Bild. Ich finde es schön, wenn man ein Spiel über Steam kaufen kann. Aber DLCs exklusiv bei Epic. Boah, Alter. Da bringen die nicht auf Ideen jetzt, ey. Oh, guck mal, wie schön. Die wollen sie alle umbringen. Oh, das war so cool. Weißt du noch im Kaufhaus, wo die alle runtergeschwappt sind? Oh, das war so cool aus. Wie sieht die Grafik hier im ersten Level cool aus? Ja. Ja, bei den Arten habe ich viele... So, mal gucken jetzt. Ja. I'll be die here. New York City, man. New York City. Ich bin schon tot. Das wäre so lustig. Okay, let's go. Okay. Erstmal Items suchen. Ah, Britt. Ah, zu stark tot. Curry. Machste sehr gut. Machste sehr gut. Sieht doch viel schwerer aus. Wow. Alter, die arme Tür. Was ist jetzt, wenn ich jetzt mal von euch anschieße? Mach mal. Instant tot. Dan. You hear me? Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. Oh, Alter! Hä? Oh Gott, da kommen sie schon, Tobi. Ach du Scheiße, hier sind sie ja schon. Oh ja, die vertragen auf jeden Fall mehr. Ach du Scheiße. Tobi, das ist keine gute Idee, was du gerade machst. Ey, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hä? Alter. Also, ich helfe Curry jetzt nicht. Okay, 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 okay. Ich mach mal gerne. Boah. Ich erschieße dich jetzt Tobi. Du hast mir, du hast mir die Hefte, Mann. Schlimm, 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 schlimm. Ich bin fast tot. Warum? Ich verstehe das. Ja, ich auch. Hast du keinen Verbandskasten fahren? Nee, ich hab tatsächlich keinen Verbandskasten. Wow. Aber das ist, das ist auch neu, ne? Don't stop until you get to the elevator. Gott, du heilig. Don't stop until you get to the elevator. Ja, ich wollte gerade aufstehen. Ich wollte gerade aufstehen. So, das war Explosions-Money. Da, 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 da. Okay. Sind alles zusammen? Okay. Die laufen, glaube ich, eh alle zur Tür, oder? Great. Ich finde es immer schön, wie die mit einer halben Körperhälfte noch so aufstehen. Ja. Das ist richtig geil. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach du Scheiße. War's instant einfach ausgenockt? Okay, das ist gut. Paperhunter. Okay, das ist gut. Das ist auch immer ein Creeper, glaube ich. Oh nein. Hallo. Heilige Scheiße. Na komm zur Tür, komm. Ohhhh. 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 Okay, lass doch, lass doch mal hier wirklich looten und gucken, ja? Ohhhh Curry. Vorsicht. Oh. Ohhhh. Wir müssen ja ein bisschen. Cool Tobi. Der lurker schon wieder, ey. Wir sind Medipacks, Leute. Pan. Ja. Ich habe hier auch mal eins für Pan. Nimm das Medipack, Pan. Achso, ich trau mir auch mal eins. Aber ich hiel damit ja auch. Geil, dankeschön. Geil. So schwer war das jetzt aber nicht. Vorsicht. I hit the button. Oh, da kommt welche. Vorsicht. Hau da. Ohhhh. Im Aufzug, im Aufzug. Ohhhh. Ohhhh. Vorsicht, hinter uns. Was hat mich da jetzt ausgenockt? Da ist irgendjemand da. Korrigaler, wachst du das? Nein, 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 nein. Ich war das nicht. Wirklich nicht. Sonst sagen, dass ich das war. Erik, komm rein, komm rein. Warte, 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 warte. Ich bin keine Arme mehr und stand da. Komm mal. Ohhhh. Ohhhh. Oh, ich glaube ich muss mich mal healen. Oh Gott. Puh. Wir haben länger überlebt, als ich dachte. Was hat denn hier? Hä? Hä? Cool. Ich will das haben. Ich meine, die ganze Mission ist nochmal. Aber auf Nightmare jetzt. Ich höre einen Streamer. Das wird jetzt halt hart. Jetzt wird wieder hart. Ach du Scheiße. Da unten. Oh, das war so cool. Das war so. Das ist immer noch so cool. Ja. Ja, boah, wie laut das immer ist. Alter, wie dir da einfach rennen. Ach so, ey, warte, warte mal, was macht ihr? Geht ihr da vorne? Hä? Nee, du? Was? Ich dachte, wir gucken erstmal. Wir haben nicht so viel Zeit zum Kunden, ne? Aber frei die Vorhalle von den Zombies. Die sind dicker. Die sind dicker auf der Etage. Oh, okay, warte. Oh, ja, der Schieter. Wo denn? Ja. Ja, da vorne, da vorne ist der. Aber da rum. Ganz kurz. Gott, warte. Zeig jetzt. Einfach bevor der gleicht. Lade nach. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Man kann ja mal draufgehen. Dann mach du Scheiße. Oh, ich hab die aufgeregt. Okay, das wird jetzt richtig. Oh, oh Gott, Tobi, 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 Tobi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Weiß es nicht, okay, hier unten ist eine Muni-Kiste Oh Gott, die kommen da alle hoch, ach du Scheiße RIP Bist du tot? Ich hab dich Tobi Oh geil, danke Warte mal, jetzt kann ich da unten nämlich meine Granate reinschmeißen Du stirbst mich hier nicht so weg, ey Hier sind mir die Packs Ich muss mir hier eins geben sonst Ah Oh Gott Wollt mich heilen Boah, Alter Wo bist du? Hab ich mich erschrocken Der hat mich einfach nur gehittet und dann war ich da Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Da oben, nein Der kommt aber nicht durch bei mir glaube ich Jetzt, 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 jetzt Vorsicht, achte, einer muss mal aufhinden Einer muss mal hinten Tobi lebt nur Oh, seid ihr alle tot? Ja, ja Ich nicht mehr, weil ich hab ja diesen Special Perk Jetzt bin ich wieder trauen Wenigstens haben wir den jetzt auch mal gesehen, Erik Das hat sich gelohnt Hat sich gelohnt Mit einer Rolltreppe aufstehen Umringen von Zombies Nice Toll Wenigstens haben wir den jetzt auch mal gesehen Ja, das spielen wir aber nochmal durch, ne Ach du heilige Scheiße Boah, mach doch schon Gibt aber einen guten Punkt Da spielst du durch mit dem Modus, ey Oh Ja, das ist aber wirklich gut Dann gucken wir mal jetzt, wer hier der Beste war Hä? Wir haben es doch nicht abgeschlossen Ja, aber wir können trotzdem jetzt, ne Und irgendwo auf der Welt gibt es vier Japaner, die es auf dieser Schwierigkeitsstufe schon durchgespielt haben Mehrfach einfach Ja Ja Und ne mal mit dem Schuh quatschen Also Und Eva Ja, und Eva Alleine, aber alleine In ner Stunde Wenn die Welt einfach nur oben rumsteht Eva hat schon und aufgeholt Ja, das war erstmal World War Z, wa? Ja, das war's Schade Schade Ich würd mir echt mehr Maps wünschen Aber da kommt ja noch was Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen, äh Mal gucken, ob wir machen Ist eine Folge jetzt, ne Dann sollten wir jetzt beenden Eine Folge Ja, dann sind wir jetzt weg Hau rein Tschüss Hau rein Vielen Dank für's Zuschauen und bis zur nächsten Folge Tschüss. Tschüss.